Nochmal detailliert zur Projektplanung. Es gibt die vertikale Projektplanung, da definiere ich erstmal den Zweck des Projektes, warum mache ich das? Und dann fragt man sich, was ist eigentlich der Sollzustand? Also wo will ich hinkommen mit meinem Projekt? Wie sieht das aus, wenn alles eingetroffen ist, was ich eigentlich wollte? Das versucht man sich erstmal vorzustellen und habe damit plötzlich meinen Zielzustand definiert. Und jetzt frage ich mich, also eigentlich wenn man es ganz korrekt macht, würde man sich jetzt auch nochmal fragen, wie ist eigentlich die Ausgangslage momentan? Also der Ist-Zustand, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Und dann guckt man sich an, was da für eine Diskrepanz dazwischen und dann fängt man drei in den Brainstorming an, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, da hinzukommen? Also ich möchte gerne die Bachelor-Phise schreiben. Wie fühlt sich das an? Aber ich habe diese Arbeit hier, 60 Seiten, top formatiert, super Inhalte, hinten dicke Literaturverzeichnis, liest sich super, absolut abgefahrene Abbildungen drin und so weiter und so fort. So stellen wir sich das dann vor und neue Erkenntnisse und irgendwie aus den amerikanischen so Dinge rübergenommen und nochmal so ein bisschen im osteuropäischen Raum geschaut, was da so diskutiert worden ist. Also hat man tolle Vorstellungen, dann sagt man, wie komme ich denn jetzt eigentlich da hin? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Also ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wer was zu diesem Thema gesprichert geschrieben hat. Ich weiß eigentlich nur die Fragestellungen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute dazu was geschrieben haben und so weiter und so fort. So und jetzt sagt man, okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich da hin? Dann sagt man, aha, okay, also wenn ich das alles machen will, dann muss ich halt eine Literaturrecherche machen, ich muss mich halt damit auseinandersetzen, wie formatiere ich eigentlich so eine Arbeit richtig schön? Vielleicht weiß ich schon, wie ich sehr gute Abbildungen gestalte, deswegen sage ich, okay, dann muss ich eher dann überlegen, wie ich das so visualisiere und so ein bisschen hinschreite und so weiter und so fort. Also so sammle ich halt alle Ideen und Möglichkeiten und dann organisiere ich diese Ideen und dann sage, wer kann mir da vielleicht bei helfen und was brauche ich dafür? Und dann fängt man das an, sich an zu ordnen und vor allem sagt man dann, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Also insofern das hier nochmal so ein bisschen Hilfe auch für das Episode 1 mit dem Projektmanagement. Und der Projektmanager würde jetzt sagen, okay, jetzt muss man natürlich noch überlegen, wie lange dauert das, dass man eine Zeitplanung hat und so weiter und so fort. Das macht man beim GTM eigentlich nicht so arg, sondern da macht man wirklich, man geht davon aus, dass man alle Schritte möglichst zeiteffizient macht und dann arbeitet man einfach durch und versucht dadurch einfach sein Output so effektiv und effizient zu gestalten, sodass man einfach nach vorne kommt. Und fängt dann nicht an zu sagen, dafür habe ich jetzt zwei Wochen Zeit, sondern man sagt, okay, ich muss das machen und jetzt versuche ich es möglichst effizient und gut zu machen. Und jetzt werde ich mich fragen, okay, wie kann ich das, wie kann ich das machen? Was gibt es da eigentlich für Werkzeuge? Und ich möchte eigentlich einen Teil vorstellen. Gehen wir mal Remember the Milk Remember the Milk So Remember the Milk ist eine sogenannte Aufgabenliste. Das Schöne bei Remember the Milk ist, dass die Basisversion, die eigentlich alle wichtigen Schritte drin hat, kostenlos ist. Und damit kann man jetzt Aufgaben verwalten. Und wir könnten sie jetzt registrieren oder wir schauen uns die Tour an. Ich schaue erst mal ganz kurz die Tour an. Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, dass man sich Aufgaben anlegen kann und die dann sich ordnen kann. Und ich glaube, wir melden uns doch mal lieber kurz an, damit man es mal im Wir müssen uns das mal registrieren. So So Das ist gut, ne? Jimmy Jimmy So Wir sehen uns mal Ja Okay Jetzt sind wir eingeloggt Und was man jetzt hier sieht ist, dass man einen Überblick hat aller Dinge, die man so macht Ich habe mich gerade neu angemeldet Ich habe noch nichts zu tun Und jetzt würde man zu den Aufgaben gehen und jetzt schreibt man erstmal alles runter Was man so Momentan machen muss Also zum Beispiel Ausgangserhebung Vorbereiten Gut Hier sieht man, das wird jetzt da unten angegeben Modul D Online stellen Episode 1 Modul D Hochladen Und so weiter und so fort Und so weiter und so fort Ich muss natürlich auch für die nächste Modul auch die Sachen noch produzieren Was machen wir hier? Er versucht gerade Das Hatte so einen kleinen Hänger Modul D Vorbereiten Zum Beispiel Ja und So mache ich das jetzt Einfach schreibe alles runter Was mir momentan gerade einfällt Ich bin natürlich jetzt nur EGS-SIM Das heißt ich mache nur Sachen Wie jetzt mir momentan EGS-SIM Irgendwie Ich habe ja noch meinen eigenen Account Natürlich jetzt hier Bei mir So und jetzt Hat man erstmal hier so eine ganze Liste hier An An den Dingen Jetzt kann man mit den Sachen Verschiedene Sachen machen Man kann also sagen Bestimmte Sachen haben eine Besondere hohe Priorität Ich würde zum Beispiel sagen Ich muss jetzt unbedingt Diese beiden Episoden hochladen Und dann kann ich jetzt Hier sagen Setze das auf Priorität 1 So und jetzt Sieht man Dass es hier so Farbcodes gibt Wenn ich das jetzt zum Beispiel Das Modul Die Ausgangserhebung 3 Die sage ich Das hat nur Priorität 3 Okay Dann habe ich Also das ist zwei angeblendet Das hat sich beide angeblendet Die sind Okay Modul D zum Beispiel Wer dann Hätte die Priorität 2 So Dann wird das so angeordnet Und wird auch so farbkoniert Ich kann auch Es gibt auch für iPhone Und glaube ich auch für Google Android Eine Anwendung Damit kann ich das auch Über mobile Sachen Kann ich dann immer sehen Was momentan aktiv ist Und kann dann auch Das setzen So und jetzt Würde ich Arbeite ich hier dran Man kann noch verschiedene Andere Sachen machen Das Schöne ist Dass man hier Nicht immer so rumklicken muss Und dann zum Beispiel Sagen muss Okay das ist jetzt Irgendwie Priorität 1 Oder das ist Ich kann auch zum Beispiel Also diese beiden Episoden 1 und 2 Das muss heute noch passieren Achso Ah Quatsch Okay Das ist das Gute Weil Dass man tatsächlich Jetzt dann nicht Das Datum eingeben muss Sondern Die Sachen Zum Beispiel Ich kann jetzt zum Beispiel sagen Also das Modul D Online stehen Das muss Weiter passieren Und dann Und das ist echt Cool Muss ich sagen Also das ist richtig Cool Wenn ich Das ist so erkennt Ich meine Klar Ich meine Für uns Menschen Ist das so Ganz normal Aber es ist ja Ein doofer Computer Wiederholen kann man auch Alle zwei Wochen Oh ja Sehr schön Also wenn ich zum Beispiel Sagen würde Tutorenbesprechung Jetzt würde ich sagen Das ist Priorität 2 Da gibt es dann noch so Abkürzungen Die man setzen kann Und dann